Musik Im Strafraum, Ex-Zernspiel mit Brandt, 34. Minute, ein Wahnsinnstor. Gewalte Technik auf engstem Raum, dieser Treffer vergibt nur einen Überschnitt, überragend. Alle sechs Fehlspiel-Tore, erzielte Brandt im Signal, die Duna kommt. Musik 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 Bacini! 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 Zierk bekommt den Ball von Tadic und das schlägt auch schon hinter Jasper Silesner. Riesentor von Bacini! Zosko wieder! Oh, er hat es wieder gemacht! Es ist einfach sensationell! Messi, jetzt zuerst um. Messi, zu der 18. Messi! Parkes es in den Backen der Nette! Der Schott wieder! Dann grows eyeballs all the way from a left-footed Stratavarius from Messi. We'll see you next time. Das war das letzte Mal des Partido, der Ballon von Arraes war, Daniel Vengol! GOOOOOOOLOSO! Daniel Vengoloso, von Barcelona! Es ist der Boss. Hier ist Messi. Away from 2, 3, 4. Wonderful, wonderful, wonderful. How good is he? A near supernatural goal from Lionel Messi. Gibilanz da eher bescheiden, wenn man es mal so sagen darf. Jetzt aber vielleicht aus dem Nichts das Tor für Borussia Mönchengladbach, Markus Thuram. Untertitelung des ZDF für funk, 2017